So sieht meine Agility-Bahn aus. Ich habe zwei Körbe genommen und da einen Stänger draufgetan. Das wird man als Hürde. Ich habe schon Stile genommen, einfach normale Stöcker. Gehe natürlich auf. Ich habe den Boden gesteckt. Ich habe den Slalom Parcours. Hier draußen war es gut. Darin kann man natürlich Flaschen nehmen. Oh, das wäre ich sehr teufel. Da habe ich so einen Krabbeltunnel für Kinder genannt. Das ist schön groß und die Katzen gehen da gerne durch. Wie man hier auch sieht. Und durchs! Und dann habe ich einfach so einen Hocker genommen. Und Tisch! Zum Tisch. Und ja, das ist meine Entschuldigung. Und wir sagen Weekend! Tschüss!